Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr seht nämlich hier den X-Raid von gestern Abend. Gestern 17.30 Uhr war es soweit an der Brügge der Technik. Hat ein X-Raid stattgefunden und das war was ganz Besonderes, denn die ganzen 10 vergangenen Jahre ist einfach keine Einladung mehr rausgegangen. Weder Verschwimmbad, noch für Brügge der Technik, noch fürs Lazarett. Die dritte X-Raid Arena, die wir mittlerweile haben und gestern endlich Regigigas. Viele haben das noch gar nicht gehabt, die auch gerade das Spezial-Event nicht mitgemacht haben. Deshalb wollte ich euch das jetzt mal hier zeigen und ihr fragt euch sicherlich, warum sieht man den Ramses denn heute gar nicht und warum hört sich das irgendwie anders an als sonst? Das ist einfach nur spontan entstanden wegen gestern Abend. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die 60 Sekunden noch runterrasseln lassen soll. Ihr seht auf jeden Fall, die Lobby war wieder brechvoll. Da standen wieder plötzlich 100.000 Leute. 20 Mann, nächste Lobby auf. 20 Mann, nächste Lobby auf. 50 Mann, war auf jeden Fall richtig genial und ich hatte meine Kamera dabei gestern. Ich stande dort, ich wollte filmen, aber es war natürlich schon wieder stockdunkel. Man hat nichts gesehen. Jetzt habe ich gedacht, ich mache den Move, den ich bei Gefa schon gemacht habe, bei der Raid-Tour mit Lugia und Ho-Oh. Genau, ich werfe mich einfach vors Auto bzw. vor den Scheinwerfer, dann habe ich Licht, kann mich filmen, kann den Raid mitmachen. Aber bei meinem Auto war das gar nicht so, wie ich es mir erhofft habe, denn das normale Abblendlicht war einfach viel zu dunkel, hat mich gar nicht erfüllt. Und das Fernlicht, was ich danach angeschalten habe, war einfach so grell. Ich sah aus wie eine Leiche. Also habe ich gedacht, was machst du jetzt? Nimm einfach die Bildschirmaufnahme mit. Entweder werdest du das mal so, tust du das mal so in ein Video mit reinarbeiten. Oder mach es doch einfach mal wie der Schilling. Denn der Schilling, ihr wisst ja, der nimmt immer seine Spielaufnahme, seinen Spielebildschirm, läuft rum, nimmt einfach in Ruhe auf, gemütlich hin und her. Der ist ja nicht mit Kamera unterwegs und filmt seine Fresse ab. Der sitzt dann zu Hause, der redet was ein, in ein Mikrofon gesprochen, weil alle dann auch immer sagen, boah, der Schilling, der hat immer so richtig gute Qualität. Der Schilling, das klingt immer richtig gut. Der Schilling ist ein altes Währungsmittel, damit habe ich früher mal bezahlt. Der Schilling, wahrscheinlich ist das noch aktuell, ich habe keine Ahnung, wie ihr es seht. Und dann dachte ich, machst du das heute einfach mal auch so? Deshalb habe ich den ersten Rege Gigas Raid seit Langem mal mitgenommen. Habe den für euch aufgenommen, wie ihr hier seht. Da ist der Kampf nämlich auch schon vorbei. Ach, beste Freunde geworden mit El Crapadura. Da habe ich mich auch dann angekackt. Denn ich habe vorher noch mit ihm gesagt, okay, wir machen den Levelaufstieg C-Day. Dann machen wir eine vielleicht morgen. Dann, nee, wir machen zwei Runden. Wir machen verschiedene Runden. Dann, wir machen doch alles in eine. Und dann war alles so hektisch. Ich habe natürlich mein Glücksei vergessen. Bin trotzdem jetzt beste Freunde geworden mit El Crapadura. Und habe mir gedacht, oh mein Gott. Wieder 200.000 Erfahrungspunkte für nichts. Weil ich ja nur 100.000 bekommen habe. Habe mich trotzdem nicht lumpen lassen. Habe dann eben mein Rege Gigas gefangen. Habe zwischendurch, wie ihr seht, dann auch nochmal in die GoTool-App reingeschaut. Weil die anderen auch wissen wollten nochmal, ja, was sitzt hier der 100er-Wert? Was muss das so haben? Meins hatte ja 24 noch was. Hat auf jeden Fall keinen Wetterboost. Dann seht ihr 24.83 braucht das 100er. Ja, das war ein 24.37. Ist also nicht so krass gewesen. War trotzdem im ersten Ball drin, wie ihr gleich seht. Ich habe da einfach gedreht, gedreht, gedreht. Einfach fabelhaft getroffen. Dann hat das ein bisschen rumgewackelt. War im ersten Ball drin. Hat mich überrascht. Ich dachte immer, das ist hartnäckiger. Hat mich trotzdem gefreut. Noch ein paar Bonbons mitgenommen. Wenn ihr die Bonbons seht, dann rastet ihr eh aus. 267. Weil ich alle Sonderbonbons einfach immer genommen habe. Die ich hatte die ganze Zeit. Und habe dich schon mal in das Regigigas reingepulvert. In der Hoffnung, wenn ich mal ein Gutes bekomme. Dann würde ich das auch hochziehen. Weil das einfach trotzdem ein Koloss ist. Leider habe ich noch keins, was ich jetzt hochziehen würde. Jetzt muss ich kurz mal das andere Video hier suchen. Und das drauf machen. Denn wir haben ja dann auch noch eine zweite Runde gespielt. Da habe ich dann mit dem Account von Mäusekind auch noch eine Runde mitgemacht. Das war aber wieder mal ein bisschen problematisch. Denn eigentlich hatten wir uns für drei Viertel verabredet. Alle, die kommen wollten, waren auch schon da. Vor drei Viertel. Dann ist die nächste Runde reing. Die nächste Runde reing. Wir waren viele Leute. Und plötzlich hieß es, ja der Max. Der Max kommt auch noch. Der Max, der braucht noch. Der Max kommt verspätet. Keine Ahnung. Also haben wir da gehangen und gesagt, oh mein Gott. Jetzt sind wieder hier tausend Leute am Start. Chillige Lobby. Und jetzt müssen wir auch noch warten auf den Max. Und dann ist keiner mehr da. Und dann stehen wir da und schaffen es nicht. Was aber nicht so war. Denn aus der anderen Gruppe kam noch einer an. Hat gemeint. Also der Seppel war das. Kann man ja vielleicht so nennen. Weiß ja keiner den richtigen Namen. Der hatte nämlich drei Accounts am Start. Aber einer ist bei ihm eh rausgeflogen. Also ist er dann mit seinem Account noch bei uns mit rein. Hat da nochmal eine Runde mitgemacht. Und ich habe von Pupsi die zwei Accounts gespielt. Die hat es nämlich nicht rechtzeitig geschafft. Die kam erst kurz vor sechs. Da waren wir dann schon fertig. Also habe ich ihre zwei mitgenommen. Haben auf jeden Fall noch eine Runde X-Raid gemacht. Und sie hat auch ein richtig gutes bekommen. Ein richtig fettes, großes, saftiges. Ich hoffe das war auch auf dem Handy. Ne, ich glaube das war auf dem anderen. Also ist es bei der Aufnahme gar nicht drauf. Obwohl doch. Ne, das ist super saad. Ne, Mäusekind war auf dem anderen Handy. Was ihr hier nicht seht. Auf jeden Fall trotzdem interessant. Es war wieder mal sehr chaotisch. Und dann habe ich mir so heute spontan gedacht. Ja, wenn du jetzt die Aufgaben hast. Stell dich doch auch einfach mal zu Hause hin. Sei mal ein bisschen professionell. Stell dich vor das Mikrofon. Ich meine, du machst ja Musik. Musik, du rappst, du singst, du bist behindert. Da kannst du doch auch einfach mal richtig professionell, genauso wie ich es eben betont habe, auch mal nachträglich sowas einsprechen. Denn ihr seht, wenn ich mich nicht filme, dann kann ich viel mehr reden und viel mehr quasseln. Und oh mein Gott, weil dann ist man einfach total frei, wenn ihr so vor so einem Mikro steht und euch beobachtet keiner. Dann fühlt ihr euch einfach pudelwohl. Wenn ihr kein Mikro habt, kauft euch einfach eins. Stellt euch einfach davor. Dann geht es euch automatisch richtig gut. Wie so eine Droge, ne. Deswegen nehmt keine Drogen. Nehmt Mikrofone. Die haben denselben Effekt. Die zweite Runde hat auf jeden Fall dann deutlich länger gedauert. Wir waren ja statt 20 Accounts nur 6 Accounts. Ja, das muss man ja mal berücksichtigen jetzt in der Situation. Aber ich fand die Idee, das dann nachträglich einzusprechen, so genial. Deswegen werde ich das auch einfach nennen. Einmal Schilling und zurück. Außer ihr sagt, das gefällt euch so gut. Ich soll jetzt jedes Video so machen, dass man mich wenigstens nicht mehr sieht. Dann ist nämlich schon ein Großteil getan. Aber, nein, ich brauche das eigentlich, dass ich jetzt mit der Kamera draußen rumrenne. Dass ich mich filme wie ein kleines schüchternes Mädchen. So, und dann irgendwas mache. Und ich möchte einfach, dass man auch viel von der Umgebung sieht. Dass man auch was mitkriegt. Gerade bei Raidtouren oder so. Wenn da jetzt andere Leute dabei sind. Wie die Stimmung so ist. Wie das alles so abläuft. Und das ist halt immer das Besondere auch an Community Days. Ich weiß nicht, Leute, die immer so sagen, das war mein Community Day. Und dann zeigen die nur ihren Bildschirm und sagen, das habe ich alles gefangen heute. Finde ich halt schade, weil dann habt ihr dieses ganze Feeling, was bei denen abging, nicht. Wenn da überhaupt Feeling war. Oder auch beim Schilling, der halt seine Spieleinblendungen zeigt. Mein Gott, das Team ist tot. Aber kein Problem, wir gehen einfach neu rein. Mit dem Nächsten nebenbei. Herr Ramses, spoofst du schon wieder oder was? Wie kannst du denn jetzt hier zu Hause sein und gleichzeitig den X-Rate machen? Nein, das ist eine nachträglich eingesprochene Aufnahme. Genial. Selbst wenn man lacht. Das hört sich doch so schön an über das Mikrofon. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Ne, aber das finde ich halt dann so gut, wenn man am Community Day eben rumläuft mit der Kamera. Und ihr seht wirklich die Umgebung. Ihr seht wirklich die anderen Leute. Ihr könnt mal, der hat einen Shiny, der hat das. Gut, viele wollen das vielleicht auch gar nicht. Aber auch wenn der Schilling jetzt sagt, ja, voll erfolgreicher Tag. Und er blendet einfach alle Shinies ein auf seinem Display und redet nebenbei. Mich würde halt wirklich einfach mal interessieren, wie sieht das dort aus? Der Wiener Stadtpark, die Leute, die Stimmung, das Ganze hin und her. Das habt ihr halt nicht, wenn das immer nur nachgesprochene, also nachträglich eingesprochene Bildschirmaufnahme ist. Oh mein Gott. Seht ihr das? Shiny, rege Gigas. Grüße gehen raus an BisaFanTV. Ihr seht aber schon, vorhin habe ich ja gesagt, das 2483er ist das 100%ige. Das hier hat 2475. Da musste ich wieder warten, bis der Gräbel angreift. Beziehungsweise er greift permanent an. Ich glaube, ich war überfordert, deswegen werfe ich gerade nicht, weil ich an dem anderen Handy rumgekaspert habe. Dann habe ich den Kreis eingestellt. Dann habe ich geworfen. Dann habe ich einfach fabelhaft getroffen. Und dann war es, glaube ich, auch schon drin. War es drin? Ne, war es nicht. Das habe ich jetzt auch mit dem Mund gemacht, ihr seht, das würde ich auf Kamera niemals machen, das sieht nämlich einfach richtig behindert aus, einfach fabelhaft, wow, wie so ein Sprallo, nee, wow, klasse, auf jeden Fall, Regigigas wurde gefangen, so sieht das aus, das bewerten wir auch hier nochmal, ihr seht, 98%iges Regigigas. Mit 14 Angriff, nein, das aber trotzdem gute Ausbeute da gewesen und dann ist zeitgleich am Theater nämlich noch ein, jetzt wollte ich sagen Dammherplex, das sieht nämlich aus wie Shiny Dammherplex, da muss ich aber das dritte Video noch suchen, denn am Theater ist noch ein Viridium aufgegangen und das war genau schon wieder richtig verkackt. Wieder mal Grüße gehen raus an Max, der beim Regigigas in der zweiten Runde zu spät gekommen ist, wir deswegen dann viel weniger Leute waren, gucken mussten, dass wir es überhaupt schaffen. Hatten wir hier jetzt beim Viridium dann eine Gruppe mit 20 Leuten, wir standen alle dort, alle bereit, alle super, 20 Leute, das wäre fix gegangen, alle vereint, wie in guten alten Zeiten. Keiner geht raus, keiner macht privat, einfach alle rein, scheißegal, einfach draufgeknüppelt, aber der Max ist natürlich in einer Extra-Lobby gelandet. Jetzt war der ganz alleine in einer Extra-Lobby, wo ich mir dachte, ja okay, hast du Pech Max, ne, fahr doch zur Hölle. Aber, so kann ich natürlich nicht sein, also bin ich dann wieder aus der Lobby rausgegangen mit meinem Iverscharf-Account mit Supersarney, weil Pupsi war immer noch nicht da. Die kam dann fünf Minuten später, ungelogen, bin also aus der Lobby wieder raus mit beiden Accounts. Der Viand ist auch aus der Lobby raus, beziehungsweise der hat seinen kleinen Account, wo er selbst sagte, das ist eigentlich nur ein Zuschauer, der macht ja nichts. Er hat seinen Viand-Account, seinen großen und seinen kleinen Account mitgenommen, mit dem Max, mit meine zwei und mit fünf Leuten, mit fünf Leuten genau, haben wir dann glaube ich das Viridium nochmal gemacht, eben auf uns gestellt, denn ich durfte ja nicht bei den Großen mitspielen. Man muss sich ja für die kleinen Einsätzen, ihr seht schon, zwei Leute in der Lobby, Spooky Swaghetti, Viand, Supersarney, dann der Iverscharf jetzt gerade reingekommen. Also haben wir es eben mit fünf Accounts gemacht, wobei es eigentlich nur vier Stück waren, denn den kleinen vom Viand, den Tec, Tec, Teckel-Tar, wieso habe ich jetzt so schnell, kann ich das auch nicht lesen, man. Den kann man wie gesagt nicht zählen, das ist nur ein Zuschauer. Auf jeden Fall haben wir gleich noch ein Terrakium, ach Terrakium, ein Viridium hinterher gemacht, wo mir dann eingefallen ist, das Glücksei hätte sich ja richtig gelohnt. Nicht nur für den X-Raid und nicht nur für den beste Freunde-Level-Aufstieg, sondern auch noch fürs Viridium, aber nichts, weil ich habe es ja vergessen und bei dem Raid brauchte ich ja nicht extra noch ein Glücksei reinhauen. Wie macht ihr das immer? Macht ihr auch immer Glücksei an beim X-Raid? Schreibt es mal in die Kommentare, ich weiß, es gibt Leute, die rennen wirklich 24 Stunden am Tag mit dem Glücksei rum, die fangen jedes einzelne Pokémon mit Glücksei, die machen jeden Raid, egal ob 1, 2, 3, 4 oder 5 mit einem Glücksei, jeden einzelnen, jeden Doppel, jeden Dribbel. Ich mache gerne mal Glücksei an, wenn ich weiß, es gibt jetzt doppelte Punkte auf den Raid und wir machen einen Doppel-Raid, dann lohnt sich das für mich ein bisschen mehr, aber ich habe halt auch keinen Bock mehr ständig Glückseier zu kaufen, alles ins Spiel zu stecken, nur für Glückseier, nur für Brutmaschinen, aber momentan, also würde ich so sagen, Pokémon zeigt eigentlich, die Leute, die wirklich Top-Spieler sind, sind halt auch die, die das meiste Geld da reinstecken. Ihr könnt euch sozusagen gute Statistiken erkaufen. Wer hat die meisten gebrüteten Eier? Natürlich die, die permanent 24 Stunden mit neuen Brutmaschinen gleichzeitig rumlaufen. Die kriegt ihr nicht einfach so, die könnt ihr vielleicht durch Coins erwerben in den Arenen, aber das dauert. Während andere sich einfach jeden Tag ein Riesenpaket kaufen, permanent mit neuen Brütern gleichzeitig rumlaufen und so machen sie nicht nur Sternenstaub, Erfahrungspunkte, so wird die Medaille hochgepusht, dann haben die eben 50.000 gebrütete Eier, wo der Ramses vielleicht drei gebrütete Eier hat und dann heißt es, boah, der ist voll schlecht, ich bin viel besser, weil ich habe 50.000 Eier. Es gibt Leute, die haben nur ein Eier, aber das ist wieder ein anderes Thema und genauso ist es ja eben mit den Erfahrungspunkten. Wenn ihr wirklich eure ganze Kohle nehmt und steckt sie in Pokémon Go und habt 24 Stunden Glückseier an, wie Brandon Tan wahrscheinlich oder auch andere Leute, wir wollen ja keine Namen nennen, Klee-Klack, dann, also Klee-Klack ist jetzt kein Name, außer für den Pokémon wahrscheinlich, das sollte so ein Augenzwingern verdeutlichen. Und dann ist ja klar, dass ihr bei den Erfahrungspunkten immer fett am Start seid. Ich habe damals, wo ich noch nicht wusste, wie das Game läuft, habe ich auch immer viel gemacht, viele Raids gemacht, viele Glücks-Eier rein, aber jetzt mittlerweile weiß man ja, wie zum Beispiel Viridium, das ist da, das ist nutzlos, du machst den täglichen Pass, fertig. Wenn es zurückkommt, wenn es shiny sein kann, dann machst du vielleicht mal ein paar mehr Raids, dass du eben das shiny mitnimmst und wenn du dann mehr Raids machst, du hast jetzt die Möglichkeit ja trotzdem ein Gutes zu bekommen, auch wenn du nur den täglichen Pass machst und du hast dann die Möglichkeit ein Gutes zu bekommen, wenn es zurückkommt und shiny sein kann. Aber es gibt Leute, die machen jetzt wirklich 10 Viridium-Raids am Tag und wenn es zurückkommt, shiny sein kann, dann machen sie halt nochmal 10 Viridium-Raids am Tag und dann hast du natürlich auch entsprechend die Erfahrungspunkte auf deinem Account. Finde ich aber total unnötig, gerade auch für so ein Pokémon. Auch bei anderen Sachen, Terrakium war richtig krass, war richtig nützlich eigentlich, habe ich trotzdem auch immer nur den täglichen Pass gemacht. Wie ihr seht, haben wir es trotzdem eigentlich richtig gut geschafft, denn es sind noch über 100 Sekunden übrig gewesen. Zwei Sofort-TM, der Rest weggedrückt, 16 Bälle, da habe ich mich dann glaube ich verabschiedet, habe die Handys dann genommen, bin zurück ins Auto gerannt. Die Aufnahme geht noch knapp zwei Minuten, keine Ahnung. Ach, da wollte ich wieder in die GoTool-App gucken, deswegen bin ich schnell zurück. Habe die GoTool-App wieder aufgemacht, wollte nochmal vergleichen, was der 100%-Wert ist für ein 100%iges, nein, der 100%-Wert für ein Viridium-17, jetzt habe ich es gar nicht, nee, 21, boah, jetzt habe ich überhaupt, ich gucke es mir nachträglich an und verpasse den Wert, weil ich sonst wo war. Auf jeden Fall war es kein gutes. Es hatte glaube ich 15 Angriff, das 21, 30er, aber es war jetzt nicht so gut. Genau, es ist so schlecht, wie ich werfe, könnte man sagen. Denn ich habe einmal daneben geworfen, kein einfach fabelhaft, gar nichts. Ihr seht, das springt auch immer zu. Sieht aus wie eine Mischung aus Alien, die Wiedergeburt und einem Rentier und einem, ja, ein Damirplex im Prinzip, was bei Alien, die Wiedergeburt mitspielt. Erinnert mich immer, wenn ich auf der Arena so ein Vieh sehe, denke ich immer, oh, shiny Damirplex auf der Arena, richtig genial, müsst ihr mitnehmen. Jetzt war es aber einfach fabelhaft und es ist im Sack, gefangen, wunderbar. Das war also das Letzte, dann habe ich die Aufnahme beendet, ich habe es noch fix bewertet. Ja, 15 Angriff, genau, Verteidigung 14, KP 10, irgendwas. Dann hat es sich nochmal gefreut, da hat es kurz die Beine breit gemacht, wie ihr seht. Dann den Stop gedreht, Aufnahme beendet, dann kam Pupsi, dann ging es raus zur Familie, Weihnachten noch feiern und so weiter. Also, ja, was soll ich sagen? Ist mal was anderes gewesen. Macht irgendwie trotzdem auch Spaß, wenn man das jetzt nachträglich so kommentiert, aber ich möchte ja gerne im Geschehen sein, ich möchte ja gerne dabei sein an vorderster Front. Ihr könnt trotzdem mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das so fandet. Einmal Schilling und zurück, wenn ich das mache wie Schilling, wenn ich die Aufnahme immer mitnehme und nachträglich einspreche, wenn ich das in guter Audioqualität einspreche. Ich meine, mein Mikrofon wird jetzt nicht so krass sein wie sein Mikrofon, sein Equipment, aber es ist natürlich trotzdem eine Verbesserung zur Kamera, die einfach die Sprache aufnimmt, wo man manchmal auch die Hand vor das Mikro hält, man gar nichts hört oder der Wind geht und es rauscht wie Sau, man immer noch nichts hört oder was weiß ich für Störgeräusche da sind. Zu Hause habt ihr auf jeden Fall eine chillige Atmosphäre, da könnt ihr eine halbe Stunde mit euch selber reden. Das ist richtig genial, da freuen sich auch die Nachbarn, wenn die denken, was ist da denn los. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt ihr mal rein, ob ihr gestern ein X-Raid hattet und wie euer Weihnachtsfest so war und was sonst so bei euch abgeht. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.